Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion T2 im Ranglisten Modus. Ich kämpfe weiter gegen die Niederlagenserie an. Gebt mein Bestes hier weiter zu kommen. Aber sieht in den letzten Runden nicht so geil aus. Ja, wir nehmen die Harpin statt die Masken. Masken sind kacke. Pulverisieren, ne? Hm. Ja, mein Pyro-Start. Ich muss hier alles probieren, um wieder mal einen Sieg einzufahren hier vor. Ich bin schon wieder zu Diamond abgestiegen. Oh. So geht das nicht. Ich muss endlich mal wieder gewinnen. Hm. Pulverisieren. Könnten wir es bei einem Zeus machen, beispielsweise, oder bei einer Harpia. Bei einer Harpia geht auch klar. Double Snail. Double Snail. Komm, wir sind gierig. Wir wollen uns den sechsten Worker. So, da steht da ein bisschen, ne, haben wir die Möglichkeit dazu gehabt. Jetzt den Robo rein, gucken wir mal, ob es was bringt. Zwei Ratten. Okay, Blume müsste da hingehen. Ne, Kratzu nicht. Schade. Zwei Ratten haben gereicht. Zwei beschissenen Ratten haben gereicht. Harpien. Machen wir mal Upgrades. Ja, wir machen Upgrades. Wir machen Upgrades. Sehr schön. Haben wir gut geblockt. Ist immer gut aufgestellt. Den können wir da auf jeden Fall noch platzieren. Den packe ich vor dem Pyro. Pyro Tengt. Kaulquabbel dazu gepackt. Ratten. Wir machen das so. Das Pyro noch ein bisschen geschützt. Ich weiß nicht, Mann. Macht der Sinn, auf der Sieben zu gehen, ne? Mal eine Runde sammeln. Auf Sieben ein bisschen Stich kontern. Oh, und Crap, Lord. Oh, okay. Haben wir diesmal nicht geschafft. Ein Kaskill plötzlich mal ein bisschen weiter vorne. Haben wir gut Flächenschaden auf jeden Fall. Und dann auf neun oder zehn. Zehn ist fett. Zehn ist eigentlich fett. Zehn ist fett. Sehschlange. ist ja gut ist einiges durchgekommen kommt er vielleicht auch eine blume immer noch ab hier mit 130 rund aus dem bischen viel nach einem blocker aufgebaut das ist auch sehr wichtig die ganze zeit schnecken rein ich habe noch 74 der gas geht aber können auch seine einschüsse machen auf jeden fall den auf dann müssen wir nächste runde den zeus aufwerten aber ich glaube trotzdem das ist schwer wort die 10 zu halten wenn ich den zeus aufgebaut habe so wir gucken mal ich habe einen crappler und da schicken wir einen uger mit rein ich habe einen crappler und da schicken wir einen uger mit rein ich glaube ich brauche lieber noch so einen hin ich glaube ich brauche lieber noch so einen hin oder geht auf den führer sehr schön gehalten und beide durch zwei worker da bin ich gut aufgestellt auf jeden fall hier noch ein pyro draus machen müssen soll das mein kind bisschen aufwerten weil der ist noch schwach und dann haben wir unsere lid schon mal gut verteidigt ich habe keine Aufwertung gemacht ich habe keine Aufwertung gemacht wir kriegen noch einen worker wir kriegen noch einen worker wir machen wir sollten mal eine apia aufwerten und dann nehmen wir hier noch so einen auf jeden fall nochmal zwei blockereien dann sagt man entweder auf 14 oder auf 15 gehen wir sollten vielleicht auf 15 gehen dass wir noch ein bisschen sammeln können stellen wir mal dahin ich brauche den kasket mal auf das ist wichtig ich habe 20 trüben aber ich schicke doch die ganze zeit dass ich mir locker leisten kann ja die ganze zeit ist dann der hin man auch nicht schlecht habe ich noch ein bisschen magischen schaden oder die hier die hier mit entweder nehmen wir jetzt die die mana rösser oder die ich glaube nehmen die mana rösser noch mit wir waren das so haben wir noch ein bisschen tanks die wir bauen können ganz viele bazookas gebaut ich denke wir sollten damit kontern jetzt bauen wir unsere mana rösser auf so sieht das schon gut aus 80 kriege ich noch zusammen ich könnte ja entweder auf turtles schicken turtles werden auch nicht schlecht ich bleibe bei den dinos die machen gut stich schaden die brauche ich jetzt gucken wir mal wieder auf 560 hat er gekriegt hat 480 drunter ja mit der belagungsmaschine habe ich gut gut gearbeitet das war die richtige entscheidung da kommt einiges durch da kommt einiges durch wir sollten bei der arkanen verteidigung bleiben die ist auf jeden fall nicht verkehrt wir werden jetzt hier den bananenbaum erstmal aufwerten können wir theoretisch die nimbus noch aufwerten aber ich glaube wir machen erstmal ein bisschen healing mit rein und dann nehmen wir noch auf jeden fall eine haupt hier mit da ist kein problem ich kann das halten dann 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 super hat jetzt auch den bananenbaum da wollte ich noch vielleicht kriegen preis zusammen geht das konnte ich doch nicht halten zwar zu viel vor allem noch zusammen hat eine see schlange das ist das problem hat eine see schlange gucken ob die fernkämpfer was machen können ja sieht ganz gut aus die schlange ist weg hat schließlich auch nur eine stehen sehr gut das gibt auf die fresse nach all den jahren nach all der langen zeit habe ich es geschafft ich habe mal wieder gewonnen hohoho das war mal wieder nötig ja nur so mini punkte gekriegt aber das war das war mal wieder nötig holy shit ja ich habe ich habe viel rausgerissen ich habe extrem viel rausgerissen das war eine weiterhunde liedchen lasst gerne ein like ein abo da wenn ihr mehr sehen wollt schaut doch gerne an beide an und wie ist es vorbei bis dahin entspannt macht's gut bis zum nächsten mal ciao